Ich bin voll. Was soll das denn, bitteschön? Toll. Ich brauche dringend mal mehr Platz. Ich gucke gerade mal. Oh, das stimmt, was den Ding soll weggehen. Das irritiert mich gerade. Wir haben auch ziemlich viel Munition. Medipack klein, Medipack klein. Eigentlich kann ich mir eins benutzen. Medipack Mittel. Ich nehme lieber das Schema mit. Andere sind einfach Medipacks und schon mal andere Munition, ne? Ja, andere sind aber nur Munition. Nehmen wir das Medipack. Momentan ist voll. Also die Schema-Taste brauchen auch Platz. Na super. Den Raum muss ich mir jedenfalls merken, dass ich mir jetzt zurückkomme. Weil es wäre schade, wenn ich das hier zurücklassen müsste. Ich muss mich nur erinnern. Du bist zu dem Thema. Du hast dich selbst gelünscht. Hä? Ich fähre immer nur so ein Ding an der Wand. Vielleicht klingt das nur so. Oder es ist auf der anderen Seite. Könnte auch sein. Oh, mach das krach, ey. Was zum Teufel. Ach so, ich habe das Ding herangesucht. Okay. Okay. Äh, wir benutzen das ja nochmal. Schaßen mit Null. Ähm. Okay. Ja, kommt näher. Ja, kommt. Was liegt denn noch? Was ist denn noch? Ist das Ding nur tot oder ist das tot? Nein, es ist schon mal tot. Genom mal sicher. Okay, es geht no items her, dann ist es tot. Lar, lala, items, they're, items, tot eh, äh, die Monster ist tot. Was ist eigentlich für eine Sonnenballregelung? Oh, ein Speicherpunkt, das ist schon mal gut. Oder auch nicht gut, das ist verschlossen. Gut, speichern wir erstmal. Nummer sicher ist sicher. Genau, so speichere ich immer ab. Ja, das soll überschrieben werden. Ich glaube nicht, dass ich da nochmal anfangen werde. Gut, schauen wir nochmal. Nachladen habe ich eine große Tür. Na, gucken wir nochmal. Was erwartet uns hier schön? Gott sei Dank, langsam. Wird der Altersschwach oder so? Was bist du da hinten? Ihhh, der läuft aus. Wie, das ist leer. Na super. Wie, die weichen aus? Was? Was für ein Teufel. Okay, das war... Gut, das ist wirklich pünendlich von mir. Die Mission so schnell weg ist. Na gut, dann holen wir hier mal ein. Okay, den ist ja voll. Äh, dann wollen wir mal. Ähm. Äh, dann wollen wir hier hin. Ich muss hier jetzt einen kleinen Peer rumluren. Ja, vor der Tür, glaub ich. Das war die Tür. Oh man ey. Was hab ich denn getan? Ich hab ja den Ding aufpassen müssen. Ich bin eigentlich noch kein guter Schütze hier. Äh, da oben ein anderer welcher. Äh, da oben ein anderer welcher. Äh, da oben ein anderer welcher. Oh man. Flammen-Munition, ja super. Minipack-Line auch nicht schlecht. Nur was kann ich mir noch durchboxen. Ich bin voll. Ah, das ist doch nicht wahr jetzt. Ich muss erstmal umgucken. Oh mein Energieknochen, das ist ja nicht schlecht. Gut, äh, ja ich rede gar nicht viel. Ich bin gerade etwas in Quasi-Lation. Halbleiter Gold, ja toll. Ich brauch mal einen Shop oder sowas. Hier kann man was anstellen. Ich weiß nicht was passiert, wenn ich es anstelle. Deswegen guck ich erstmal was hier oben noch ist. Aha. Ich brauch dringend meine Inventar-Vergrößerung, weil... ...ich legt das echt nicht weiter. Rüstung-Update, wo man es nennen will. Wenn man... ...kann man... ...muss man gerade jetzt keinen Platz aufwenden. Lalalalalala... Ist doch ein ruhiger, netter Ort. ...ich legt nur noch Medikette rum. Ist auch viel Zeug und die kannst du nicht mitnehmen. Das ist doch... ...ärgerlich. Plasma-Energie nehme ich gerne mit. Na gut. Aktiviert das nun? Na wo seid ihr? Ich höre euch doch schon. Mann, ey. Ich brauch ein bisschen Musik. Oh Mann. Nicht gut. Ich lebe es ja noch. Dann nochmal. Was machst du da oben? Anschleichen oder was? Ich werde nicht mehr. Ich schleiche nicht so an. Aber nicht dumm. Das muss ich euch lassen. Ihr seid nicht dumm. Leider. Man könnte nicht dumm sein. Dumm wie Stroh.